Hey, du liegst in mir drin! Hey, was macht ihr denn da in dem Doppelbett, hey? Hey, endlich keine morgendliche Dusche mehr mehr, wenn man mal stirbt. Hey, aber es sieht wirklich schon, das Kartoffelfeld sieht wirklich schon anders aus als die anderen. Ja, manchmal. Hier das Kartoffelfeld? Ne, das ist ein Melonenfeld, oder nicht? Ja. Wo ist denn das Kartoffelfeld? Ich hab auch von dem da hinten geredet, hier das. Ah, lad doch nicht da drüber, dann machst du doch den Ackerkappel. Nein, überhaupt nicht. Äh, nö. Nur wenn man springt. Oder sprint. Echt? Boah, Mann. Ne, wenn man springt. Wenn man sprintet auch nicht. So, so verweichlicht, früher ist das immer kaputt gegangen, wenn man drauf gelatet ist, außer man hat, äh, 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 Schleich, Schleichen gemacht mit, mit Schiff halt. Okay, das hat auch Stil. Ja, ja. Das ist so, so wie, so wie die TNT-Sache. Das war früher so. Wie? Das war früher so, dass man halt dann auf dem Acker schleichen muss, ja? Anders macht man den kaputt. Das ist wie die TNT-Sache. Ja. Wo ist denn das Kartoffelfeld? Da. Ja. Das eine, das eine Teil hier. Ach, das eine? Da, wo ich grad drum rumlaufe. Ah, okay. Das ist eine Kartoffel. Das hier an der Ecke. Die, unsere einzige Kartoffel hier, ja? Also macht die nicht kaputt hier, ja? Haben wir eigentlich noch, ähm, Dingens? Ist klar. Glaub, was haben wir? Ja, haben wir. Äh, wir brauchen mehr Kisten. Find ich auch. Und wir brauchen Knochenmehl. Haben wir Knochenmehl? Haben wir ein, ein Feuerzeug? Wir haben Knochenmehl. Ja. Äh. Und Knochen. Äh, äh. Ich möchte jetzt ein, äh. Da ist ein Feuerzeug drin, ja? Ein Höllenportal bauen, wenn das okay ist. Da ist ein Feuerzeug drin, oben rechts. Ah. Wo bauen wir es hin? Ich würd sagen, irgendwo wo es nicht ständig Geräusche macht. Also nicht direkt hier hin. Irgendwo unter Wasser, in eine Glaskuppel. Hm. Ey, das wär wirklich cool. Was hättest du hier? Da brauchen wir ganz viel Glas. Wir müssen das Kuppelförmig bauen. Äh, so wie. Unter Wasser. Juhu. So wie Skiles. Hab ich schon mal gemacht. Ich hab meinen ganzen Unterwasser-Bahnhof gebaut. Mit so Glaskuppeln und so. Und eine Eisenbahnschrecke, die so in so Glaskuppeln unter Wasser gefahren sind. Auf der alten Aurumnab. Aber Skyle hat ja hier sein Atlantis, äh, auf dem neuen Aurum gebaut. Und es ist einfach voll mit Slime-Chunks. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Wir haben eine Baumwand. Und ich weiß, wer ihnen eine Kuppel-Form ermöglicht hat. Mit der Macht Gottes. Boah. Irgendwie sind die Bäume in der Mitte verkruppelt. Eine Holzwand. Sieht aber gar nicht nur so schlecht aus. Eine Palisade um unser Dorf. Los. Mach das um die ganze Insel. Bin grad dabei. Verdammt, ich hab keinen Knochenmehl mehr. Der hier muss eh weg. Dich machs einfach auf irg... Irgends... 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 So eine... Kleine scheißinsel. Hier... Das Höllnportal. Warum nicht? Irgend so ne kleine Scheißinsel, ne ne, da hinten die, ne das ist keine Insel, das ist nur ein Bauch im Wasserstern. Was zur Halle, ich werd hier gerne mit Knochenmäher angekotzt. Ist cool, ist cool. Look, 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 look. Die Insel ist so nah an dem anderen, an der größeren Insel, das ist ja gar nicht cool eigentlich. Okay, lass mal die Insel in die Luft sprengen, unsere ist viel cooler. Die muss größer sein. Wieso hast du grad Schaden gekriegt? Ich schaue Hunger. Ich ess mal wieder Brot, das ich in der verstaubten Kiste unter der Erde gefunden hab. Ja, ich hab ein paar Sachen zu essen, wenn ihr wollt, könnt ihr haben. Ich bin in deinem Blei. Ich hab nichts gegen Brot, das ich in der verstaubten Kiste unter der Erde gefunden hab. Ich ess das gerne. Ja, oder die Insel ist ja länglich. Ich mach einfach hier das Höllenportal jetzt hin, auf dieser Plattform hier. Was haltet ihr davon? Das ist ein schöner Ort. Das ist halt die Insel, die ist dann da hinten so dick mit unserem Haus. Dann ist hier so dieses schmale Ende und auf dem schmalen Ende ist das Portal. Ich finde, das ist genug Baum an die Saale. Hier. Nein, ich mach das nicht, ich mach das aber cooler. Ich brauch Steine. Wir können ja danach auch noch mit Netherrack und sowas machen, ansonsten braucht man das ja für nix. Ja. Ich hätte mal ein Plugin auf dem Server. Da ist Netherrack, wenn es mit Redstone gepowert wurde, hat sich das angezündet. Das war cool, da konnte man feine Farben bauen, die gegrilltes Fleisch liefern. Mehr Fackeln? Was denn auch noch? Ja, warum nicht? Ich hab jetzt kein Holz mehr, aber keine Fackeln mehr. Aber das lässt sich ändern. Hast du noch Essen? Ich, ich, ja. Ich bin im Haus. Kotz mich mal bitte an. Oh. Genau. So ein leckeres, angesapptes Hühnchen ist. Ist doch immer wieder schön. Ein Hochgenuss. Bin ich auch. Stein ohne Ende. Ich kann auch gerne Öfen freimachen. Hab ich gerade. Für andere Sachen. Ich hab grad einen Ofen freigemacht. Du musst aber den Stein auch entfernen, anders wird sich gegrillt. Aber dann halt die Steine bitte in die oberen Öfen dann mit reintun, damit die auch dann gegrillt werden. Hat sich erledigt. Weil ich möchte was cooles bauen. Okay. Wir haben drei Wettel. Interessant. Vier. Oh, ein Kaktus. Ja, ich war in der Wüste. Und ein Diamant. Ich mach nur eine kleine Kaktusfang. Ja, wir können jetzt eine Achterbahn bauen mit den Schienen. Das mach ich gleich. Hier haben Sie schon mal wieder raus, damit bloß kein anderer auf die Idee kommt. Ich mach jetzt mal so ein Beta 1.7-Style-Strand. Heißt was? So einen schönen, flachen Sandstrand. Hm. Leute, wir haben sage und schreibe zwei Kartoffeln. Ja, dann pflanzt sie wieder an. Geil. Achso, du hast Knochenmehl. Das ist auch nicht schlecht, ja. Ich hatte das gerade sowieso noch nicht. Das mach ich jetzt auch. Oh, das ist ja eine Kartoffel. Wir haben jetzt sau viele Kartoffeln gerade. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Kartoffeln. Sie haben Kartoffeln. Es reicht genau für so eine Reihe Kartoffeln und eine, die wir jetzt einfach mal grillen. Aber. Okay. Womit wir noch warten, bis wir sie grillen. Ich kann auch Öfen freimachen, wie gesagt. Nee, ist okay. Es wäre langweilig. Ach, ich habe noch Kohle. Ach ja, ich wollte dann noch Fackeln machen. Stimmt, aber wieso liegt der eigentlich im Zaun rum? Weil ich Platz in meinem Vata brauchte. Also, ob während ich im Ofeninterface war, da habe ich dann einfach rausgeschlossen. Brot. Brot. So, ich wollte ja Kartinen auf den 1.7-Style-Strand bauen. Yay! Wir haben eine Melone. Cool. Wir haben Kakteen. Wir haben einen Block TNT. Wer tut denn sowas? Ich. Ja, aber. Wofür? Schade, Schießpulver, Mann. Das wollte ich loswerden. Weshalb? Und, weil wir so wenig Sugar Canes... Au. Ich bin gerade ernsthaft. Au, au, au. Kakteen. Ich mag Kakteen nicht mehr. Bäh, Kakteen. Drei der Öfen werden jetzt nicht frei übrigens. Cool. Ich mache hier mal aus den... allen Engels. Eisenblöcke. Das ist eine Maßnahme. Wenn ich das könnte. Bäm. Ich baue mal nochmal rote Pilze an. In die oberen beiden Öfen. Äh, Melonen. Vielleicht. Kann man die nur auf Stein anbauen? Was denn? Rote Pilze. Nein, aber, äh, du darfst die nicht direkt unter freiem Himmel bauen. Die ganze Zeit hier auf den Stein? Was tust du da? Da können die eh nicht wachsen. Doch, da ist ein... Ding ist drüber. Das ist zu hell. Ja? Okay. Und direkt neben dran wackeln. Also würde ich jetzt mal sagen. Wir haben eine Wassermelone. Noch eine. Die wachsen sauschnell einfach. Wenn du einmal eine hast, dann hast du... Dauernd eine. Genau. Wie bei Kürbissen. Haben wir eigentlich Kürbisse? Nein, haben wir nicht. Okay. Ne. Ah, es gibt jetzt Kürbiskuchen, ne? Ja. Aber dafür braucht man Eier. Ja, ne? Bau mal noch einen Keller da rein. Einen Keller? Wir könnten so eine... Hoppla. Was? Tu's? Wir könnten so eine Mine mal bauen. Weißt du? So eine... Jo. Okay. Da ist so in die Ecke oder so. Nein, wenn, dann in die Mitte. Moment, warte. Das wird extrem eng. Ich hätte einfach so einen Schacht nach unten irgendwo gebaut und dann... Machen wir die... Mit einer Leiter und so, weißt du? Könnte... Stimmt, das... Da ist so in die Ecke oder so. Das wird ein bisschen Platz sparen, das so. Warte mal, ich überlege gerade, wie wir das... Äh... Ja, wir fangen einfach weiter unten an und machen dann... Die... Wir können hier so zur Seite bauen und dann die Leiter einfach von da rein machen und das hier alles wieder zumachen. Ja, wir... Wollen wir eigentlich mal schlafen gehen? Wir machen einfach für den Anfang so und... Ja, machen wir. Gehen wir mal schlafen. Ich habe keine Lust auf Skelette. Einzelbett, Einzelbett, Einzelbett. Nein, da war ich doch eben. Das ist meins. Hallo, Max. Nein, nein. Nein, da war ich doch selbst. Nein, da war ich doch nicht. Ich habe gambeln. Nein, da war ich doch jetzt. Das ist meins. Ja, ich bin dran. Da war ich doch mal traf.